Hallo, willkommen zu den Jukos Videoanleitungen. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Firefox Plugin Firebug installieren kannst. Zuerst gehst du oben bei deinem Browser auf Extras und auf die Add-ons. In das Feld für die Suche gibst du Firebug ein und installierst das erste Suchergebnis. Nach kurzer Zeit ist das Plugin heruntergeladen und automatisch installiert worden. Gehe auf eine beliebige Seite, um das Plugin zu testen. Klick mit deiner rechten Maustaste auf eine Webseite und wähle dann die Option, die Webseite mit Firebug zu durchsuchen. In dem erscheinenden Fenster kannst du dir den Aufbau der Webseite anschauen. Wenn du links den kleinen Button mit dem blauen Mauszeiger aktivierst, kannst du auch einzelne Elemente fixieren. Mehr von solchen Videos findest du auf video.jukos.de